Musik Das ist so ein Fresspaket aus München. Das kenne ich aus der Werbung. Das habe ich schon vermisst. Wieso kommt denn das zu Erna? Vielleicht hat die Briefträger ein Hüftlein oder kein Lass von Treppensteinen oder so. Das ist ja schon letzte Wochen auch, Kämmer. Das soll vorkommen. Sie wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich habe das doch gehört.